hallo in meiner computercraft testwelt schön dass ihr auch wieder dabei seid in den letzten teilen wenn ihr fleißig aufgepasst haben wisst ihr dass ich heute eine hühnchenfarm zeigen möchte und zwar die habe ich ja hier schon mal aufgebaut diese fahren beschert mir nicht nur eier nein sondern auch gebratenes hühnchenfleisch und federn wie ich das aufgebaut habe zeige ich euch einmal dafür habe ich die seite hier freigelassen und ganz kurz zur erklärung von hier oben sehen wir kommt ein wasser strahl ein wasserfluss trifft auf diesen stein hier drüben wird abgelenkt und fällt sozusagen nach unten da die da die hühner immer oben auf dem wasser schwimmen haben die auch keine möglichkeit nach unten zu fahren sondern bleibt immer dort die eier das haben wir gerade aber gesehen die eier die fallen aber noch unten an dem feuer vorbei so die eier die werden hier unten aufgesammelt das zeige ich euch natürlich auch einmal und zwar durch diese leitung werden die eier transportiert werden dann aufgeteilt die eier teilen sich dann hier noch einmal auf in diese zwei wege denn wie ihr seht habe ich hier eine eine redstone leitung angebracht die die eier zählt die hier durchsausen und zwar wird wird dann ein signal ausgegeben dieses signal bündelt dann hier oben in einem computer und in diesem computer ist nämlich ein item zähler drin der mir immer sagt wie viele eier ich aktuell in meiner kiste habe so viel einmal zu dem aufbau hier unten und hier drüben haben wir noch den ausgang hier haben wir dann später die möglichkeit die eier wieder in das becken oben hinein zu schießen durch den motor hier werden auch noch mal die items gezählt die rausgehen und werden dann von der anzahl abgezogen die das programm schon erfasst hat ich habe neben diesem aufbau hier drüben noch mal einen aufbau gemacht mit einer durchsichtigen sichtweise da haben wir nämlich etwas bessere möglichkeiten das gucken und zwar auch hier sehen wir also diese roten kolben sind auch pistons die die später ausfahren und zwar habe ich das wie folgt aufgebaut ich habe hier hat es habt ihr gesehen einen schmalen wasserlauf gemacht der hier runter führt und hier einen ausgefahrenen kolben mit einem brennenden netter stein gesetzt direkt über dem ausgefahrenen kolben mit dem netter stein ist noch ein ausgefahrener kolben mit einem beliebigen block der sorgt letztendlich dafür dass das wasser nicht runter auf das wasser fällt sondern einen umweg nimmt wenn ich jetzt später das programm starte werden diese zwei roten kolben ausgefahren das wasser stoppt und die hühner fallen hier auf diesen stein kurz nachdem die beiden roten kolben ausgefahren sind fährt dieser kolben wieder ein und die hühner fallen runter ins feuer und dann ungefähr eine sekunde später fährt der kolben mit dem feuer ein das feuer wird gelöscht und die brennenden hühner fallen nach unten und sterben kurz danach geht das wasser wieder an und das ganze fleisch und die ganzen eier und die ganzen federn werden dann nach vorne gespült soviel zum aufbau im prinzip hier sehen wir noch einmal die die eier die fallen hier runter am feuer vorbei fließen hier runter und werden dann nach vorne transportiert zum aufbau ist es wichtig dass diese beiden kolben natürlich dauerhaft ausgefahren sind damit das wasser seinen lauf nimmt wenn ich denn jetzt später also ist es im prinzip nur ein einfaches redstone signal was wir aussenden müssen wenn wir das redstone signal aussenden fahren die beiden roten kolben aus und das feuer das feuer sagte schon das wasser stoppt natürlich so durch diesen repeater die ich durch diese beiden repeater die ich eingebaut habe fährt er dieser kolben ein und kurz danach fährt dieser kolben ein dann startet das wasser wieder und die beiden kolben fahren aus und dann im anschluss daran wenn auch dieser kolben wieder ausgefahren ist habe ich hier einen deployer mit einem feuerzeug drin und durch ein aktives redstone signal wird dann das feuerzeug abgefeuert und der neta block wird angezündet das habe ich nämlich einmal hier kurz aufgebaut und zwar wir sehen wir haben hier ein deployer und da ist ein feuerzeug drin wenn wir jetzt den knopf drücken das redstone signal geht an und das feuer zündet das machen wir noch mal das hat nämlich den hintergrund weil ein deployer macht einen rechtsklick mit dem item welches in dem deployer vorhanden ist das gleiche haben wir gesehen bei unserer weizenfarm die ich gebaut habe weizen setzt man ja auch per rechtsklick deswegen wird auch das feuerzeug nicht ausgeworfen sondern es wird benutzt das habe ich hier auch mit eingebaut so dass ein feuerzeug ist relativ einfach herzustellen so dass dann auch später das feuer hier wieder entfacht wird so ich zeige euch einmal wie das ganze funktioniert ich habe ein kleines programm geschrieben so ihr seht so die kolben sind ausgefahren und das hühnchen vielleicht wird nach vorne geschwemmt also ist ein im prinzip eine relativ simple art und weise wie das ganze von statten geht jetzt wäre das aber natürlich kein computercraft tutorial wenn ich nicht auch ein bisschen was mit computern zeigen würde und zwar wir haben ja in den anderen videos schon gesehen dass wir in unserem haus ein computer stehen haben von dem wir dann die hühnerfarm steuern können und zwar wir schauen uns das einmal an so und wie wir hier sehen haben wir ein programm das heißt auch hühnchen braten wenn wir dieses programm starten das machen wir jetzt einmal fragt er mich wie viele neue eier soll ich der werfen das hat den hintergrund damit auch wenn wir die ganzen hühner vernichtet haben auch eine neue hühner produzieren können wir machen jetzt einfach nur mal eine kleine zahl damit was zeigen können wir sagen bitte 20 neue eier werfen so das ganze schauen wir uns auch einmal an wie das funktioniert jetzt müssen wir uns ein bisschen beeilen ich habe zwar eine kleine verzögerung eingebaut aber dass wir noch rechtzeitig kommen so wir sind jetzt hier und jetzt sehen wir gleich dass die roten kolben ausfahren das wasser stoppt danach fallen die hühner runter fallen ins feuer und sterben dann brennen alle hühner so und werden dann hier nach unten transportiert und hier sehen wir das fleisch und die ganzen federn werden zu uns ins haus transportiert zur zeitgleich sehen wir hier aus der kiste werden jetzt 20 eier raus transportiert durch dieses signal welches ich euch im programm gleich zeige und in diese leitung geschickt diese leitung ende dann hier oben endet dann hier oben drin so dass hier ist ein hier ist ein spender eingebaut hier kommen dann 20 eier rein und gleich werden hier auch noch 20 redstone signale hin gesendet so dass die ganzen eier wieder neu ausgeschossen werden und das startet jetzt das sehen wir jetzt ich habe auch eine kleine verzögerung eingebaut von etwa zwei sekunden damit neu produzierte hühner zeit haben runterzufallen ihr seht es ohne dass sie von den nachfolgenden eiern und die erschlagen werden das programm das läuft jetzt bis alle 20 bis alle 20 eier abgeschossen wurden und in der zwischenzeit machen wir uns wieder auf den weg zurück in unser haus damit wir uns das programm angucken können was ich da geschrieben habe wir sehen das programm läuft noch es sind ja noch nicht alle eier geworfen ich breche das trotzdem einmal ab und zeige euch das programm ist einfach zwei genannt ist ja egal und zeige euch was ich geschrieben habe und zwar zu allererst wird natürlich der bildschirm geklärt mit shell run clear danach frage ich wie viele neue eier sollen denn geworfen werden und dann die variable a jetzt habe ich hier eine verzögerung von 20 sekunden eingebaut das könnt ihr natürlich weglassen das ist nur deswegen gewesen damit ich zeit habe zur fabrik zu fliegen um euch das zu zeigen ich habe von das müssen wir jetzt wissen unter dem computer habe ich jetzt ein gebundenes redstone signal ausgesendet einmal also mit zwei wireless sendern die wir gerade in der fabrik gesehen haben so und zwar sage ich nämlich jetzt also durch dieses redstone signal was ich hier aussende das wird hier acht sekunden gehalten fahren die einen kolben ein die anderen kolben fahren aus so wie wir das hier bei dieser durchsichtigen variante schon gesehen haben und jetzt sage ich okay a1 ist ja die anzahl an eiern die ich gerne hätte wenn das größer ist als 0 dann sende bitte ein weiteres redstone signal raus das geht dann an den wireless receiver oder an den wireless transmitter vielmehr der dann dafür verantwortlich ist neue eier aus der kiste zu ziehen die neuen die eier werden dann aus der kiste rausgezogen so das sehen wir dann hier jeweils zwei sekunden wird gewartet jetzt habe ich auch nicht mehr das problem dass noch die hälfte der items hinten ankommt wie wir in den letzten videos das hatten vielen dank im übrigen für eure hinweise sondern ich warte jetzt zwei sekunden und so kommt genau die anzahl die ich haben möchte auch oben im spender an gut jetzt müssen wir die variante a1 natürlich wieder auf den ursprungswert setzen und sagen jetzt genauso oft wie du die eier aus der kiste gezogen hast sollst du bitte oben die eier auch rausschießen das heißt mit einem weiteren diesmal ist das die magenta farben leitung die unter dem computer rausführt die sendet dann oben an den transmit an den receiver der dann dafür verantwortlich ist die eier rauszuschießen sendest du bitte auch genauso viele signale so auch wieder zwei sekunden warten im prinzip ist das genau das gleiche genau und dann beendest du das ganze und dann startest du den computer bitte neu denn ich habe mein start-up ja soweit verändert dass wir genau dieses bild hier sehen genau dieses von dem wir dann auch die sachen wieder auswählen können jetzt schauen wir uns doch einmal an wenn wir merken oben ist wir haben ein paar hühner zu wenig produziert lohnt es sich natürlich nicht wenn wir jetzt wieder auf hühner braten gehen das wäre quatsch wir wollen ja auch vielleicht ein paar eier sammeln oder ein bisschen mehr hähnchenfleisch haben also habe ich noch ein kleines programm geschrieben um mehr hühner zu produzieren das besteht im prinzip nur aus dem zweiten teil des eben gezeigten programms und zwar fragen wie viele eier möchte zu werfen haben auch wieder die variante und ziehen jetzt sozusagen nur die anzahl an eiern aus der kiste raus wieder mit der genau gleichen funktion und senden genau dieselbe anzahl an redstone signalen oben an den receiver dann auch dieselbe anzahl an eiern ausgeschossen wird also ihr seht das ist also wie ich finde super einfach nachzubauen hühnerfarm und super effektiv starten wir das einmal neu und wir sehen hier das gebratene hühnchenfleisch von den 16 hühnern die wir gerade getötet haben ist automatisch in unsere kiste gekommen und die federn haben wir bekommen mit den federn wisstens ja selber können wir uns natürlich dann feile wieder herstellen genau so und jetzt schauen wir uns das ganze da noch einmal an fliegen noch einmal zum abschluss dahin genau das also meine hühnerfarm die mithilfe von computer kraft gesteuert ist wie gesagt hier könnt ihr noch einen item zähler einbauen habe ich auch gemacht das ist aber nicht teil dass das jetzigen tutorials vielleicht später oder dann natürlich später in den let's plays werdet ihr sehen also hier sehen wir noch mal ganz toll hier haben wir zwei hühner drin das würde mir jetzt natürlich nicht reichen das heißt ich würde jetzt den programm sagen bitte schießt noch mal 50 eier hinterher damit ich hier wenigstens ja so annähernd zehn hühner drin habe das war meine hühnerfarm die computer gesteuert ist als nächstes zeige ich euch eine bitte eines users ein programm zu machen um einen keller auszuheben also um eine gewisse anzahl nach unten zu graben wie das funktioniert das allerdings beim nächsten mal macht's gut tschüss